hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier bei Kettel und Cops ich soll jetzt die Grasfeld pressen also mit dem Aktion Kuh wir wollen nicht starten und fahren automatisch naja heute kann ich ranfahren Junge ich habe den Lenk noch ein bisschen nachgestellt hoffe das besser ist Lenk aber meistens bei sohn bei Feinarbeiten mit der Tastatur nicht schlecht die Presse wieder muss erstellt gut fahren wir mal hin gut Gas gehen Gas gehen ich fahre automatisch der taucht noch nicht ganz Himmelllenkung ja im Spiel gibt es auch eine Radiofrequenz aber ich weiß nicht ob der Titel auf YouTube keine Probleme machen könnte deswegen habe ich meine eigene Playlist das war immer die gleiche muss ich mal nach und nach ein paar Titel noch dazu holen muss ich mal in den nächsten Wochen mal schauen ob es ein paar neue gibt kann durchaus sein es soll auch halt nichts passen also nicht jeden jeden Titel der da ist ist geeignet für das Spiel aber es ist schwierig zu entscheiden nicht jeder seinen Geschmack sicherlich das ist eine schöne Wahlpresse Quader und da habe ich garantiert eher noch sammeln so blöd das sag ich dir ja mein Kollege mit einem roten Punkt den Kollegen macht er einen Ton das nächste Fälle äh lohnt er nicht mehr weiß zwar nicht was er hier alles an Arbeit hat das sind die KI-Fällerbesteller das kann sein ja da gab es letzte Woche gab es einen Patch kommt wohl regelmäßig Verbesserung ist sicherlich hier und da Fehlerbeseitigung auch sicherlich ja der macht das sowieso nicht oder? das Kreisfahren ist mein auch ein bisschen macht vielleicht so gut sein aber wenn die Steuerung nicht so klappt wie ich sagen sollten soll ist es besser macht er doch am besten kann ne versuche ich da machen wie er möchte denke ich mal aber das ist die bessere weit variante das ruckert ein bisschen und vielleicht muss ich gerade ein bisschen runterstellen da sind wir da sind wir da sind wir dann gekommen so bremse so kümmer dich um das pressen des Heus auf Feld 1 und Kanzler nachdrückt auf Feld 2 pressen also auch noch Heu also ich denke daran dass der nach der Junge erst noch was Heu und zweiter schwammelt beginnt also im ersten Feld das richtig so presset man so viel Heu auf den Gras fällt das so gehen wir mal von aus dass wir jetzt hier mal mit X was machen müssen jo dann vorne mit V Säcken und damit B starten wie gesagt wir werden mal von hier außen die Bahn nehmen die haben mir was liegen lassen ne ja auf Ende nicht reicht Lenkrad mit Lenkrad das ist ein bisschen angenehmer zu fahren machen wir in Ansicht das sieht nicht schlecht aus wird nicht schnell und sonst geht es das wird noch nicht gemeckert hier und so schnell wird es na schon angenehmer zu fahren ne sag ich mal so jetzt hat man trotzdem mal wenn es nicht allzu schnell führt was so das geht hier wegen der ach hier mit dem auf dem Press hinterher kommt ach jetzt verstehe ich was jetzt ist nicht das Heu direkt sondern die Geschwindigkeit die man am besten pressen kann ohne dass die Presse überfordert ist ne verstopft und so ah ok das ist die Realismus Freude die viele haben ich finde man kann es auch übertreiben aber das wäre für unsere Rollplay ganz ideal aber die haben ein Problem hier geht nur das Single Modus sonst wäre das für die gut wer es mag ne also ich persönlich mag es ja nicht aber weil Geschmäcker sind verschieden das ok soll jeder gucken was er los hat ich schaue gerne wenn ihr original mehr weniger wie gesagt nur ums arbeiten geht und nicht wegen Schauspielern und so aber kann jeder machen wie er will ich persönlich bin dafür nicht zu haben Junge schon wieder Regen das gibt es doch gar nicht ich sehe zwei Ballen aha kann man nicht trödeln das gibt es doch gar nicht ein bisschen gucken nach rechts recht zügig vorankommen hier das habe ich schon gesagt wo ich angefangen habe aber sieht der Regen aus das kann ich nicht kommen brauchen aber das ist gut mit Lenkung ganz anders fahren ja Presse das fertig genau wie wir noch tun befürchtet dass wir noch aussahnen dürfen ok ok mein Szenario wäre es ja oder richtigen Feldmodus Szenario Modus wäre es am Ende so oder Karriere Modus was wir jeden Cent brauchen werden wenn man was er kaufen kann beziehungsweise das Tier das Heu für die Tiere halt ich sage lieber im Ball mehr als zu wenig also ein paar ein bisschen an sich brauchen die schon ein bisschen an sich brauchen die schon wird verstopft hundertprozentig teilweise nicht mitgenommen teilweise so ok gehen wir aus Szenario Modus an sich x v b jetzt fahren wir zum zweiten Feld so eben muss man schauen dass wir es rauskriegen da gibt es nichts zu schauen gut gefahren zum feld keine zeit keine ahnung wie es geht das war nicht ideal wegen staub und dreck umfängt das weiss aber soll das fertig pressen ist ja noch nicht fertig noch ein vollgas game doch nur noch zu pressen haben wir übersehen auf einmal Oh. Und das war hinten nüssen hochgestellt. Gut, so viel ist ja gar nicht. Ganz auch nochmal ein bisschen lang. Gut. Da noch ein bisschen. Hört mal den einen Ball noch raus. S2 S S Links, rechts, Tab Falltasse Ja B Musste auch nicht ausgehen. V Und X Z war gewesen mit raus. Ich glaub Z oder so. Aber Ruh. Mal X Guter Fahrer Kommen wir los. Blickiert sich durch. Die Presse sind ausgeschaltet. Lass eben mit dem K.I. mal fahren. Lass eben mit dem K.I. mal fahren. Steigen links. Steigen links. F, a car. u entladen da aber blöd gemacht anführungszeichen wo man nicht so sehr wecker mit dem burschen nachdem je nachdem das machen nicht so schön danke für den reinschauen